Hey! Ja! Geht doch. Klar komme ich mit euch. Folge mir! Folge mir! Klar komme ich mit euch. Folge mir! Folge mir! Ich komme mit euch. Was wohl zu Hause so los ist? Ja. Folge mir! Was für ein Mann. Alles klar, ich gehe mit euch. Los! Wir fangen einen Kampf an. Alles klar, ich gehe mit euch. Ja! Folge mir! Alles klar, ich gehe mit euch. Das ist nicht besonders lustig. Was denken sich jetzt wohl die Wachen, Alter? Guten Tag, Ranger! Alles klar, ich gehe mit euch. Hurra! Alles klar, ich gehe mit euch. Folge mir! Ja! Folge mir! Folge mir! Folge mir! Folge mir! Ich werde müde! Ich werde müde! Alles klar, ich gehe mit euch! Gut. Machen wir hier eine kleine, als die Landenwanderung. Wie das aussieht. Ich finde es auch schön, dass die Dach aus Schreiberach zu blöd sind. Y-Y-Lauf! Jo! Find's alle da? Jo! Mal gucken, wie viele Häuser jetzt da durch freischalten. So eins, zwei, wie ich mal behaupte. So! Warte! 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 Folge mir! Warte! Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder! Warte! 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 jetzt kommt noch mal ein bisschen näher bitte weil ich das sowohl du mal gucken ja 1 2 3 4 häuser besser durch ein 3 Die Häusern sind weggezogen und die fällt nie zurück. Das ist lustig. So, was kostet? Du siehst da. Warte mal. Nein? Ja, ich möchte es vermuten. Ah, ich kann die Häuser nicht verschönern. Interessant. Du weißt ja, Hauptsache die Läden kosten irgendwie 20, 30.000 und die Häuser so ein paar Tausende. Aha, das sind auch Häuser? Interessant. Das sind auch 6.000, Junge. Nun, gut. Ich bin schön, dass wir ziemlich viel jetzt gekauft haben. Ich suche mir mal ein paar Leute zusammen. Komm, folge mir. So ein Bewerbschen. Ja, da komm. Ja, da komm. Alter. Klar komm ich mit euch. Hey! Geht doch. Ja, so Frauen sind mal ein bisschen schwerhörig. Jetzt krieg ich wieder ein auf den Deckel. Oh, hallo. Ist da jemand? Nö. Okay. Aber hier ist es. Wo soll ich dich beeilen? Ja! Klar komm ich mit euch. Klar komm ich mit euch. Ich werde müde. Ja, warte noch. Wir gehen ja gleich woanders hin. Aber ich suche erst mal bei Leute. Aber ich suche erst mal bei Leute. Alleine ist ne Reise nicht so spannend. Hier drin ist doch noch jemand. Hallo. Wie schön euch zu sehen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Macht ihr das sonst auch? Ja. Das mache ich täglich. Das ist mein täglich Brot. Gib uns heute. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hurra! Halt auf. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hurra! Jetzt folge mir doch mal. Jaaaa! Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Hurra! Bin los. Wir gehen auf Abenteuersuchen. Ja. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. mir wenn zur stelle ist nicht ich brauche ihr bei leuten auf den teckertouren folge mir folge mir folge mir folge mir das ist nicht besonders lustig dafür wird sie noch alles klar ich gehe mit euch alles klar ich gehe mit euch folge mir folge mir folge mir folge mir folge mir folge mir alles klar ich gehe mit euch folge mir 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 So, wo auch? Ich weiß auf jeden Fall, wie ich diese Folge nennen würde. Ich komm nicht ganz mit. Ja, dann komm jetzt. Nein. Das denkt sich der Wache, glaube ich, gerade auch. Können wir die mir das wohl erklären? Was machen Sie denn auf den Nationalen-Reise? Was ist die Sache? Ich weiß nicht, ob ich das lehne. Da kommt meine Kindle. Lalalala. Folge mir, folge mir, folge mir. Wir sind da. Wir sind da. Oh, ja. Warte. Danke, oh hell. Das hat Spaß gemacht. Warte. Was wohl zu Hause so los ist. Damit kann ich leben. Tschüss. Schön, dass man Folge mehr als hundertmal sagen muss. Aber warte nur einmal. Ja, Frauen. Genau. So, wie viele Häuser haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf waren wir wieder freigeschalten. Beim freigeschalten, also. Wenn ich freigeschalten, ist einfach nur, ähm, erobert, wenn ich es jetzt mal. Gut, wir müssen ja noch kaufen, aber trotzdem. Da haben wir jetzt nur noch zwei Häuser, glaube ich, oder drei. Nein, ich bin ganz oben, die noch zu verkaufen sind. Die uns aber nicht leisten werden. Ich möchte es vermieten. Nein, ich möchte es nicht verkaufen. Ich möchte es nicht verkaufen, ich möchte es nicht verkaufen. So. Gut, dann gehen wir jetzt so weiter oben zuerst. Nein, wir gehen erstmal hier hinter. Oh, noch 8.000 Uhr noch, Alter. Was kostet 7.000? Du hast es noch so oben. Die Geschäfte schließen jetzt. Die 1.500. Finden wir uns noch. Was heißt denn, das ist tatsächlich, wenn wir ein bisschen was verkaufen gehen? Wo die Geschäften schließen jetzt. Was bedeutet, wir müssen mal kurz nicht da werden. Benachten. Tap, 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 tap. So. Wir sollten auch gleich die Geschichte veröffnen. Ich möchte ein Bier, bitte. Ja, ich auch. Müssen wir darüber. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Sehen wir dann. Gleich. Wiederbelebensviolet. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. so und zwar das an der map links über den feldspitzenpfad wird wahrscheinlich auch 6000 kosten heißt das können uns eh nicht leisten heißt wir leisten uns erst mal dieses aus wunderbar braucht ihr einen guten schwertkämpfer ein momentan nicht immer sehen will uns abzuleveln zu leveln hochzuleveln wir hier seid zurück es steht weit schlimmer als ich dachte mails verrat hat uns überrascht aber wir haben größere probleme jack versucht die alten fokuspunkte in ganz albion zu aktivieren ihr müsst ihn unbedingt aufhalten weitere erklärungen per gildensiegel und jetzt geht durch das karl ist ihr habt eine neue questkarte bekommen ich nicht fertig habe ich zu wenig punkte nichts habe ich gemeint das hand körperliche zauber umgebungs zauber diese leckige menü so gute frage wenn ich die drücken wenn man nicht die drücken ich kann mich nirgends hinter oder o auch 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 gehalten.